Hallo! Und herzlich Willkommen! Wolltest du noch was sagen, oder? Achso, du wolltest noch was sagen, okay. Wir grüßen auf jeden Fall zu... Kabi, Stars, Airlines! Star Airlines spielen wir heute mit dem Leonard 16. Genau, und mit dem... Leon. Und Mina, der Hündin. Außerdem mit Sidney. Miau! Und Karim. Also, Sidney ist die Katze. Kannst du mir auch mal dazwischen reden, wenn ich rede? Das ist ja verwirklich hier. Leonard Legg. Legglen. Achso, die Katze heißt übrigens Cindy, nicht Sidney. Sorry! Ich war schon wieder in Australien. Oh, futuristisch jetzt plötzlich hier. Nachdem wir da ganz... Natürlich angefangen haben in der Natur mit Kirby, geht's jetzt in die Zukunft. Das war's. Das war's, glaube ich, vorbei. Nein, so schnell geht das, glaube ich, auch nicht hier. Nimm das! Jawoll! Mir fehlt das Surfen, mir fehlt so das Surfen. Surfen wäre immer das definitiv was coolste. Wow! 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 Okay. Noch ist es machbar. Noch haben wir... Aber das ist ja auch das vorletzte Level. Wie man hier in Fähigkeit, das gibt's doch nicht. Nein! Wieso kriegen wir den mal Gegner vorgesetzt, wenn wir keine Fähigkeiten haben? Warte mal. Nicht schon wieder alles umbringen. Ah, das ist gar kein... Oh, den brauch ich. Ah! Was? Achso, ich hab die Bomben. Wenn man die Bomben frisst, hat man auch seine Fähigkeit. Das ist genau wie wenn man ihn frisst. Haha! So, kann ich... Jetzt kann ich nämlich noch Wirbelbombe oder sowas machen. Oh! Sausebombe! Oh, den weiß ich schon was da kommt. Das ist jetzt nicht so schwer. Nee. Nee. Yeah! Ja jetzt... Oh, wir hätten noch einen befreunden müssen, vielleicht. Was kannst du jetzt machen? Nee, die können wir nicht befreunden. Die sind böse. Die sind ganz böse. Die sind böse, die können wir nicht befreunden. Den hätten wir befreunden können. Nee, die kann man nicht befreunden, diese kleinen. Diese kann man nicht befreunden. Die sind einfach nur böse, denn... Die kann man nicht mehr auf die gute Seite ziehen. Okay. Das ist praktisch. Die fallen immer genau so in die Mitte rein und dann kann man sie direkt weghauen. Ja. Da sind Cheeseburger. Cheeseburger. Die kann man auch nicht befreunden. Doch, die kann man... Uh! In der Luft habe ich einen erwischt. Nein! Nein! Bleib da! Ernsthaft! Ernsthaft! Du hast gerade das Level für uns verloren. Echt jetzt? Nein! Alles entspannen! Ich bin doch der Kugelblitz hier. Keine Sorge. So. Ups. Erstmal Bombenstimmung! Ach du meine Güte. Sehr geil, oder? Panikkugelblitz. So. Da sind wieder keine Fähigkeiten. Da bin ich mittlerweile am Meister darin, meine Fähigkeiten zu verlieren. Ja komm, mach hoch. Ach du kannst es gar nicht hoch machen. Ich kann es schon hoch machen. Aber deswegen kriege ich trotzdem keine Fähigkeiten. Wo keine Fähigkeiten sind, da sind keine Fähigkeiten. So. Ohli moli. Wow. Wow. Ganz schön aggressiv die Viecher. So. Aber wir haben es auch so geschafft, den nächsten Levelabschnitt. Rein da. Wir brauchen echt mal wieder. Wir sind immer zu wenig unterwegs irgendwie. Ups. Bleibst du da? Den kannst du befreunden. Warte. Achso. Ich dachte ich hätte den schon gegessen. Ich nehme den hier. Ich mag lieber eine Nahkampfwaffe. Du kannst ihn befreunden. Den da oben kann ich befreunden. Du kannst beide befreunden. Wir sind doch jetzt zu viert. Passt schon. Jetzt sind wir zu viert, ja. So. Wer will mich blitzen? Hä. Der Blitzzug schätze ich mal. Jupp. Angriff steigt. Oh. Endlich mal wieder. Oh. Sieht aber nicht nach Zug aus. Ah. Das ist die Rolle. Das ist die Rolle. Ja das ist der Freundeskreis. Oh. Ja das ist der Freundeskreis. Freundeskreis. Aber der Freundeskreis ist auch cool. Wie haben wir gerade durch die Öffnung da durchgepasst? Fragen über Fragen. Wuuu. Wuuu. Nicht zu früh springen. Alles wird weggehauen. Nicht zu früh springen. Naja spring weiter als wo man denkt. Das geht schon. Ja aber du bist schon sehr arg früh. Ah was. Ah was. Unten und unten. Oh ok. Wuuu. Lenn bisschen Panik machen. Ja. Ich hab Panik. Nein ich hab keine Panik. Oh yeah. Oh nice. Wieso haben wir da. Wie hätte man da Feuer verkacken können. Achso wenn man da vorher schon irgendwo runter gefallen wäre wahrscheinlich. Hat sich auf jeden Fall noch mal gelohnt hier noch weiter zu rollen. Oh. Wir brauchen Feuerio. Ich nehm Feuer. Und du nimmst Leo. Ja. Leo ist am Start. Ich bin Leoloda. Ähm nein natürlich muss ich erstmal anzünden. Danke Drabo. Oben wird gezündelt. Wir müssen hier unten aber kaputt machen. Okay. Wie kriegen wir das kaputt? Wahrscheinlich mit denen. Ah mit dem Stein. Steine dich mal. Ops. Das ist nicht der Stein. Der Stein liegt da. Schnell 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 schnell. Friss ihn. Wuuu. Friss ihn. Oh jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ah komm nicht durch. Okay. Okay. Ah. Apropos wo wir gerade hier sind. Ähm. 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 Du befreundest die mal dann haben wir wieder vier. Weißt du. Ah. Clever. Clever gemacht. So. Ja. Nein. Den morgen nicht. Den will ich haben. So. Ich rede davon befreundet und der verschluckt die alle einfach nur. Ja. Geht. Was. Du hättest die nicht anzünden dürfen. Müsst die erst runter schmeißen und unten anzünden. Ja dann brauchst du. Musst du die befreundet. Ah. Deswegen bin ich da nach oben geflogen. Oh. Müssen sie. Ah ok. Erst anzünden und dann schneidest du es runter. Ja. Ne ich muss die anzünden und runter schneiden gleichzeitig. Komm mal her. Mach mal einen Feuereffekt bei mir. Ja. 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 Wir haben das Rest ist Lösung. Oh yeah. Du hörst mal auf da unten. So. Das Rest ist Lösung wäre gefunden. Wir haben jetzt etwas gebraucht aber hey. Da drauf. Woo. Oh yeah. Oh. Finally. Oh Gott. Jetzt brauchen wir aber den Stein. Ah. Und den Eis. Ich mach den Eis. Du machst den Eis. Ich mach den Eis. Der andere wollte ihn schon wieder umbringen. Ja. Aber jetzt bin ich Eis. Du brauchst Stein. 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 Ah. Von unten kommt man wahrscheinlich nach oben oder? Schluck ihn. Schluck ihn. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Nein. Da war es schon wieder zu spät hier. Da war es schon wieder alles zu spät. So. Stein hier dürfte ich wieder da sein. Ja. Stein ist auch wieder da. Ups. Schluck ihn. So. Ich bin bereit. Let's go. Curling. Eis Curling ist bereit. Ja. Ich muss ganz nach links. Curling Bursche. Und du kommst hierher. Bin da. Schmeiß mich. Oh yeah. Es ist Zeit. Für den Frost Curling. Weil Frost Curling hatten wir 100 Pro schonmal. Ja. Ah. So. Das war gar nicht zusammengebaut vorher. Verstehe. Also wenn's da jetzt nicht ne fette Belohnung für gibt. Was wir dafür jetzt alles retten. Das ist auf jeden Fall das krasseste Rätsel bisher in dem Spiel. Sorry. Braucht das Essen. Alles gut. Braucht die Fähigkeit. Oh da ist es. Da kann man nen seins noch an. Wir brauchen aber eh vier hier. Wir müssen uns noch welche befreuen auf jeden Fall. Sag ich doch schon nichts. Ja ja. Oh nein wir hätten da reingehen. Stimmt ja. Dafür reingehen brauchen wir vier. Jetzt haben wir vier. Jetzt kommen wir hier lang. Bitte. Ach du bist deine Fähigkeit. Ich wollte zumindest eine Fähigkeit. Auch wenn ich den Stein nicht besonders mag. Aber eine Fähigkeit brauche ich auf jeden Fall. So. Den können wir erstmal besiegen. Ah. So. Und jetzt hat... Warte noch. Jetzt müssen wir rein. Ich geh ganz links. Okay. Oh oh. Schaffen sie es? Ja sie schaffen es. Ah. Alter das war ja hier richtige... Eine richtig schwere Aktion das hier zu lösen das Rätsel. Jawoll ja. Jeder kriegt hier seine Kanone seine eigene. Überkreuz sogar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Woo. Oh yeah. So wenn man nicht zu viert gewesen wäre. Dann hätte man hier nicht alles mitnehmen können. Was ist denn das für eine? Ah. Was machst du? Ich wollte ihn haben. Ja ich auch. Habe ich schneller bekommen. Was war das überhaupt für eine? Musik. Den haben wir auch noch nicht so oft gehabt oder? Das ist wieder einer von den Spezialtypen. Ich glaube nicht ne. Popstar. Ach der war das. Oh yeah. Oh der hat keine Feuer Popstar oder so. Schade. Na kommt doch her. Ihr. Oh yeah. Oh yeah. Was zur Hölle. Wir sind eine ganze Band. Oh ja die Unheilsrock. Warum hat er... Jetzt sind alle tot. Oh oh die werfen Zeug und ich habe keine Lebensenergie mehr. Nicht cool. Ich muss mir aber irgendwie von der CPU fressen. Aber ich will vielleicht den anderen haben. Freundeskreis. Wer mich immer sucht. Ich bin gerade getarnt. Mhm. Funktioniert nicht so mit meiner Tarnung oder? Oh oh oh. Pass auf die... Pass auf die Kugeln auf. Nein ihr wollt auch die Fake von dem anderen Typen haben. Wasser Kugeln auf die Kugeln. Eine Kanone kann man nicht... ...vergott machen. Wuuu. Oh oh. Den befreut wer da drüben. Nein. Mann ich habe ein bisschen Lebensenergie wieder bekommen. Wenn auch nicht viel. Wenn auch nicht viel. Jetzt wieder ein bisschen mehr. Alter was die uns hier am Spiel entgegensetzen. Da oben sind ein paar... ...heftige unterwegs. Au. Okay. Wer ist down? Ich belebe ihn. Okay. Gut gut gut. Wiederbelebung. Aktiviert. Es geht irgendwie leicht schneller als in Fortnite hier. Mit der Wiederbelebung. Tja. Oh oh oh. Da wäre ich fast schon wieder unten. Oh nein. Oh nein. Essen. Sehr gut. Ah den Mund muss ich auch noch besiegen. Ich bin ein Stein. Du kannst mir gar nichts. Ich steinige dich. Ich steinige dich. Oh. Oh Eis auch noch. Eis. Eis. Da ist der Len natürlich in seinem Element hier. Baby. Na bleib da. Ich mag doch deine Fähigkeit haben. Die Morgihom. Nein. Blöde CPU. Wieso geht die blöde CPU mal weg? Ich will ihn doch fressen. Wahrscheinlich deswegen. Frisiden. Die CPU will nicht gefressen werden. Verstehe ich gar nicht. Nein. Er hatte die Fähigkeit nicht mehr, weil ich ihn aufgefressen habe. So Wischi. Jetzt hast du Wischiwaschi. Wischiwaschi. Es ist doch alles so Wischiwaschi hier. Ah wieder Freundeskreis. Zeit für einen weiteren Freundeskreis. 108 leben mittlerweile sogar. Nice. Nice. Nice wieder Freundeskreis. Freundeskreis. Uh. Uh. Jetzt wird es wieder kompliziert. Auf jeden Fall. Oh yeah dramatisch. Dramatisch. Spring. Was zum. Okay. Das ist wirklich dramatisch hier. Ja. Oh oh. One up. 109. Aber Drabu macht das schon mit dem Springen. Das wird schon. Jawohl. Wir haben wieder volles Leben. Wuuu. 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 Die Kisten nehmen wir gleich alle mit hier noch. Wir gehen vor allem zurück. Warum? Ziemlich zurück, weil da können wir noch unten was machen. Gab's da noch was echt? Ja. Wir nehmen gerade noch das Zeug mit was es hier gibt. Oh yeah. Können wir überhaupt zurück? Ja. Nein. Aber es war doch oben rum der richtige Weg. Hätte ich gedacht. Unten rum war auch ein Weg. Mua. Mua. Haben wir etwa den falschen Weg gewählt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Passiert. Das war es jetzt vorbei. Was kommt denn jetzt? Das war noch nicht das letzte Level. Das war nur unten das Bodending. Ich glaube wir gehen jetzt noch weiter in dieser komischen Festung oder was das ist. Ah zu spät. Neuer Controller um zu spät. Naja. Jetzt liegt es wieder im Controller. Jetzt liegt es beim Len wieder im Controller. Bist du mit dem spielen oder nicht mit dem großen? Ne ne ne. Oh du du machst das schon. Ne ne du machst das schon. Und 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 und. Uah. Vier noch. Ach komm schon. Wow. Da haben wir aber schon viel. Ja bis wir die. Ja gut wir machen die ja nicht alle fertig. Oh. Aha. Oh. Terminal Scales. Kaelis. 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 Okay. Kaelis. Eigentlich Caelis aber. Na dann stellen wir uns den finalen Endboss. Oder. Ist es der finale Endboss? Kommt noch was danach? Ist es dann vorbei? Oder ist es das halb finale Endboss? Weiß es nicht. Warum muss ich gegen den finalen Endboss mit dem Putzding ankämpfen? Pfff. Was ist was zur Hölle? Das war nicht ich. CPU. Nimm dir einen davon. Das war eine Befreunden. Feier mich. Feier mich. Warte die können wir sogar noch gebrauchen. Feier mich mal anlennen. Danke. So wir nehmen uns aber trotzdem noch einen. Da ist noch einer weggelaufen eigentlich oder? Da ist da nicht einer gelaufen? Ba ba da. Ba 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 da. Ba 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 da. Ba 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 ba. Ich meine da ist wohl noch einer gelaufen. Hätte ich schwören können da hätte ich noch einen gesehen. Ba ba da. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ba 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 ba. Oder sollen wir wieder Eis mitnehmen? Ah was. Feuer und Bomben machen wir aber mehr brauchen wir noch gar nicht. Warte mal kurz machen wir den Bomben Typen mal noch Feuerbomben. Warte kurz. Genau. Ah da kannst du sogar beide befeuern. Das sind Feuerbomben und. Brutzelbomben. Aber der andere müsste auch noch was haben. Ein Brutzelbomben. Jawoll du hast beide verzaubert sehr gut. Wir sind so Feuer. Oh ja wir sind Team Feuer. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen einen. Äh. Feuer kämpfen. Wasserkämpfer kämpfen oder so. Dann wäre es natürlich schwierig. Oder wir müssen gegen alle drei von diesen komischen Fee noch mal kämpfen. Das kann natürlich auch sein. Will ich jetzt mal nicht so kategorisch ausschließen. Das tolle ist der Feuerkämpfer der kann halt in alle Richtungen. Der kann nach vorne kämpfen und nach oben. Ah. Ähm. Ah verpasst. Achso den hätten wir ab. Aber wir sind schon zu viert. Ne passt doch. Jaja. Woops. Rein ins Vergnügen. Zum b 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 boss Gegner. Ne noch nicht. Stimmt doch wär das ein großes Tor gewesen gell. Oh, yeah. Resty-Time. Knappe Angelegenheit. Knappe Angelegenheit. Nein. Das ist dein Job. Ja, ich dachte, ich dachte, aber wenn ich sterbe, bist du dann auch tot? Weil du der Anführer bist. Na, doll. Wird nie wieder der Anführer sein. Na gut, wir kommen ja eh mal. Am Anfang von diesem Bild wieder raus. Nein, nein, ich brauch doch Fähigkeiten, Lenn. Sag nicht, dass jetzt gleich der Bosskampf kommt, ey. Das wäre übel. Ohne Fähigkeiten im Bosskampf. Zumindest haben wir das Leben wieder zurückgeholt. So, Stromi nehme ich mir gleich mal. Nein, ich nehme dich gar nicht mit den anderen. Der andere ist besser. Ja, kombiniert die beiden. Ach so. Plasma. Oh, schade. Ich habe beide gleichzeitig angesagt. Deswegen habe ich jetzt Plasma. Aber das ist irgendwie ein bisschen traurig sieht das aus. Wir kriegen jetzt hier nochmal ein Bonuslevel. Captain Plasma. Captain Plasma. Dann gehen wir doch rein ins Bonuslevel, wenn wir hier schon eins bekommen. Nehmen wir direkt mit hier. Ich habe einen Schlüssel. Ja. Mit dem muss man da rechts oben hin. Okay. Lauf mir nicht so weit weg, ansonsten teleportiere ich mich wieder. Okay, okay, okay. Damit. Kein Problem, du musst ja mit mir mitkommen. Aber da ist der Schlüssel auch wieder weg, oder? Ich kann nicht springen mit dem Schlüssel. Okay. Musst du auch nicht. Lol. Lol. Aber überlässt du das Spiel, oder? Ach du meine Güte. Boah, ist das ein Stacheln. Ja, Len, so geht das. Hast du auch gedacht, da machen wir das anders, oder? Nicht schlecht. Ich bin sch... Nein, nein, nein. Du willst ja nichts mehr, gell? Ja, den letzten vielleicht. Letzten vielleicht. Was konnte der? Oh. Ah, Freundespunch. Ah, der ist auch nicht so geil. Nehmen wir lieber... Oh, ich wollte gerade noch mal von denen haben. Hast du jetzt gerade deine Fähigkeit einfach ausgespuckt? Ja, ich... Warum? Eins von den drei ist es jetzt. Wasser. Oh, das ist sogar die... Alter, wuuu, Surfer. Nein, nein, nein. Flieg, flieg, flieg. Mit Wasser bin ich zufrieden. Das läuft bei mir. Soll ich weitergehen? Ja. Okay. Ich dachte, das ist alles quetschig. Jeder will zusammen. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet gehabt für den Lens. Schlimmste. Das Schlimmste. Wuuu. Es ist sehr praktisch, dass man so viel fliegen kann. Wir kommen sehr weit nach oben. Ist doch gut. Ja, jetzt kommt der Boss. Ne, dann wäre es ein großes Tor, glaube ich, oder? Ne. Doch, die Bosses... Lange Ladezeit. Lange Ladezeit. Normalerweise sind die großen Tore immer... Siehst du? Verdammt. Oh. Wow. Jetzt kommt nämlich der Boss. Mhm. Ähm, warte, 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 warte. Alter, jetzt können wir uns aussuchen, was wir nehmen. Ja. Ich glaube, ich nehme den hier mit Wasser vielleicht zusammen. Haben wir noch irgendwen, der Wasser kann? Ne. Ne. Die fragen sich alle, was soll das? Alter, jetzt kann man sich hier... Okay. Ich bleib bei meinem Feuer hier. Okay, dann machen wir uns normal alle feurig. Aber dann haben wir alle nur ein Element. Das ist auch schwierig. Wieso bin ich jetzt gesprungen? Weiß ich nicht. Aber wir müssen noch vielleicht einen Eistypen mitnehmen oder so. Ja, da musst du ein Herz draufschmeißen. Ja, mach ich. Äh, wen tauschen wir aus? Tauschen wir ihn hier aus. Dann haben wir nämlich Feuer und Einsatzfähigkeiten, falls der Bossgegner zwei verschiedene Sachen hat. Du bist jetzt Feuer. Das wollte ich auch sein. Das Brutzelschwert. Das Brutzelschwert. Jawohl. Mit dem Brutzelschwert geht's ins Bosslevel. Siehst du, das sind nämlich die. In dem Palast von Elsa. Oh ja. Na dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Außer mysteriöse Musik. Das Herz ist fast vollständig. Ist das nicht der Typ von ganz am Anfang von der ersten Zwischensequenz? Keine Ahnung. Doch, doch, doch. Den hab ich in der ersten Zwischensequenz schon mal gesehen. Glaubst du daran erinnert mich noch? Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.